Eine Frau spricht mit einem Verkäufer. Welchen Computer wird sie kaufen? Entschuldigung, ich suche nach einem wirklich leichten Computer. Okay, wie wäre es mit diesem hier? Er ist sehr dünn und leicht. Er sieht gut aus. Kann man mit diesem Computer DVDs anschauen? Ich fürchte nicht. Auf diesem hier können Sie DVDs anschauen. Aber er ist ein kleines bisschen größer und schwerer. Hm, ja, der ist zu schwer. Ich werde den ersten kaufen. Vielen herzlichen Dank. Sie können zwischen Weiß, Schwarz und Silber wählen. Ich möchte einen schwarzen. Welchen Computer wird sie kaufen? Eine Frau spricht mit einem Verkäufer. Welchen Computer wird sie kaufen? Entschuldigung, ich suche nach einem wirklich leichten Computer. Okay, wie wäre es mit diesem hier? Er ist sehr dünn und leicht. Er sieht gut aus. Kann man mit diesem Computer DVDs anschauen? Ich fürchte nicht. Auf diesem hier können Sie DVDs anschauen. Aber er ist ein kleines bisschen größer und schwerer. Hm, ja, der ist zu schwer. Ich werde den ersten kaufen. Vielen herzlichen Dank. Sie können zwischen Weiß, Schwarz und Silber wählen. Ich möchte einen schwarzen. Ich hoffe, Sie haben etwas von diesem Quiz. Sie können uns wissen, ob Sie Fragen haben. See you next time.